Zweiter Spieltag in der Deutschen Eiserkeer Liga. Die Fishtown Pinguins in ihrer dritten Saison in der Deutschen Eiserkeer Liga mit ihrem Heimspieldebüt. Der Gegner, keine Sardinen, ne, die Kölner Haie kamen an die Nordsee. Das erste Drittel von beiden Mannschaften, relativ verhalten, aber eine Riesenmöglichkeit für die Fishtown Pinguins durch Justin Faeser. Das war's in den ersten 20 Minuten. Das Team von Thomas Popisch gegen Ende stärker, das sollte auch im zweiten Drittel so sein. Der bessere Start aber überraschend bei den Kölner Haien. 23. Spielminute, erster Schuss auf Jaroslav Hübel und der Pass zerrissen mit dem Schuss. Und als letzter wohl Sebastian Uvira am Punkt, das 1 zu 0 für Köln. Dann aber spielte eigentlich nur noch Fishtown. Fishtown. Und wie der Ausgleich in der 28. Minute durch Neuzugang Carson McMillan. Faser aus der Luft genommen und ebenso dann McMillan, ein Kunsttor zum Ausgleich für die Fishtown Pinguins. Hier nochmal deutlich zu sehen, McMillan als letzter am Punkt. In der Folge viele Strafen auf beiden Seiten, mehr bei Köln, aber die Chancen eigentlich nur bei Bremerhaven. Nächster Neuzugang, Curtis Gädig, der hier scheitert an Gustav Wesslau. Super Pass von Urbass, super Move. Am besten aber der Schoner von Gustav Wesslau. Doppelte Überzahl dann für die Fishtown Pinguins. Fortunus mit Jan Urbass. Und der verwandelt in der 35. Spielminute. Powerplay, ja, das funktioniert, wie auch im vergangenen Jahr bei den Fishtown Pinguins. Das zweite Saisontor von Jan Urbass. Das Team von Peter Dreiseitel im zweiten Drittel eigentlich kaum auf dem Eis gestanden. Der Coach musste die richtigen Worte gefunden haben für den Schlussabschnitt. Denn jetzt kam Köln. In Überzahl. Colby Chanoe zum ersten und dann zum zweiten. Der Neuzugang mit seinem DEL-Premierentreffer, den er sich praktisch selbst auflegt, nachdem Rumble geblockt hatte. Und dann humorlos ins kurze Eck zum Ausgleich für Köln. Nur 74 Sekunden später. Köln mit gutem Vorcheck, mit Druck und dem nächsten Tor. Wieder heißt der Torschütze Colby Chanoe. Durch den Vorcheck, Puck abgefangen. Dann zwei schnelle Pässe. Pini Soto führt Chanoe und plötzlich Köln vorne. Was hatte das Team von Thomas Popisch noch zu bieten? Erst einmal Fehler in der eigenen Zone. Und sofort wieder ausgenutzt von den Kölner Hain. Komplette Verwirrung bei den Fishtown Pinguins. Und dann Ackerson mit Fußvorlage und Lucas Dumont mit seinem erst zweiten DEL-Tor. Weiter ging es in eine Richtung. Und der beste Spieler dieser Partie schlug auch noch zu. 51. Spielminute. Fabio Vohl. Nach dem ersten Spieltag mit dem Helm des Topscorers vor der Partie hat er gesagt, den gebe ich nicht mehr her in dieser Saison. Und er arbeitet weiter daran. Auch das 6 zu 2 in der 57. Minute geht auf den Topscorer-Helm von Fabio Vohl. Ein furioses letztes Drittel der Kölner Haie. Naja, unser Coach fand definitiv die richtigen Worte nach den 14 Minuten. Er war nicht happy, wir waren nicht happy. Und ich denke, wir haben die richtige Antwort gegeben. Ja, wir haben unsere Struktur verloren im letzten Drittel. Und wenn man Köln so viele Chancen gibt, die bestraft, das natürlich gnadenlos. Wir werden daraus lernen und wir werden auch zurückkommen und wieder besseres Eishockey spielen. Auswärtssieger also für die Kölner Haie bei den Fishtown Pinguins. Mit fünf Toren im Schlussabschnitt dreht Köln das Spiel. Die Haie-Premiere von den Fishtown Pinguins geht daneben. Die Haie nach der Auftaktniederlage gegen Augsburg im Soll.